Eine andere Strategie der Angststörungsbehandlung ist die der Reizüberflutung, auf Englisch Flooding oder Konfrontationsbehandlung. In diesem Zusammenhang wird letzten Endes andersherum vorgegangen. Der Patient wird aufgefordert, sich sofort dem stärksten seiner Reize auszusetzen und so lange in dieser angstgestörten Situation zu verbleiben, bis die Angst nachlässt. Das kann kürzer oder länger dauern, aber früher oder später wird die Angst nachlassen, denn sie wird ja nicht immer bleiben. Es geht also nicht darum, die Angst so lange auszuhalten, wie er kann, sondern die Angst so lange auszuhalten, bis die Angst nachlässt. In dieser Situation zu verbleiben. Das setzt allerdings erstens die Bereitschaft des Patienten voraus, sich einer solchen Situation überhaupt auszusetzen und zum Zweiten natürlich auch die Bereitschaft, sich der körperlichen Belastung auszusetzen und damit die Fähigkeit, diese körperliche Belastung auszuhalten. Das heißt also, diese Konfrontationstherapie ist eine Maßnahme, die mit dem älteren, angeschlagenen, schwachen oder herzinsuffizienten Patienten unter Umständen nicht mehr geht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020